Und er hat es gar nicht bemerkt, dass ich gerade seinen Kollegen erledigt habe, hab dich auch und links sieht man immer, wie die Leute gelöscht werden. Oh, ist das unfair. Ich habe beides voll und ich habe alle Abdehnnotizen, jetzt kommt noch das hier dran. Unbekannt, haben, haben, habe ich schon, okay. Das kostet richtig viel Energie. Null, um ehrlich zu sein, scheiße. Also, Powerblock will ich haben. Dafür brauche ich den nicht mehr, weil ich jetzt den hier habe. Noch Fragen? Also ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, was ich jetzt gerade hier am Desinfizieren bin. Das ist meine Primärwaffe, mit der will ich das ganze restliche Spiel durchspielen. Also wirklich das ganze Spiel. Ich werde mir keine andere Waffe holen, wie die. Ich hoffe jedenfalls, dass es die ist. Ich habe das in Erinnerung, dass es die ist. Könnte auch sein, dass es eine andere Waffe ist. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch, weil da der Diskus noch liegt. Präzision ist da. Ups, tut mir sorry, ist nicht. Meine Primärwaffe werde ich doch nicht verwenden. Das ist ein Sniper. Das ist die Schrote in dem Spiel und das ist die Sniper. Das ist übrigens Powerblock. Was der macht, wird man gleich sehen, sobald ich meinen Diskus nehme. Ähm, ja. Achtung und... Ich darf wieder mit meinen Diskus kämpfen. Ist das nicht geil? Der hat sich tatsächlich geduckt. Oh, okay. So, dann wieder zurück. Ich muss gerade schnell was gucken. Super, der hat mich jetzt erwischt. Das wird so nichts. So ein Arsch. Du auch. Aber ich glaube, wir spawnen noch mehr Gegner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nicht? Doch, ich glaube schon. Kann doch nicht sein, dass der mir nur zwei Gegner vorsetzt. Ah. Ah, Treffer. Headshot. Und er versucht es wahrscheinlich gerade von hinten zu kommen, oder? Hm, ich könnte mal den Powerblock zeigen. Das hat ihn zerfetzt, aber sowas war. Der wirft einen, äh, was ist das? Einen Schatten seiner selbst auf ihn zurück. Also wenn ich Diskus blockiere, dann kann ich damit andere Leute ausschalten. Ziemlich geil ist. Power ab. Nicht Power ab, Schall. Sub-Routine. So, wir haben alle Update-Notizen. Und ich hab... Oh. Ja, komm her. Oh. Hinter mir ist einer. Ja. Hinter mir war jemand. Ja. Muss man auch erstmal rausfinden. Ja, wo kommen die eigentlich alle her? Oh. Scheiß Timing. Geil. Ich hab zwei mit einem Stoß abgewehrt. Oh oh. Wie sich aussehen. Aussehen. Ja, komm mal her. Was war das? Sag mir nicht, dass sie sich hier über mich lustig gemacht haben. Und abgelenkt, damit es einer von hinten kommen konnte. Wie intelligent sind die denn? Scheiße. Ich mach mich die ganze Zeit über sie lustig, wie scheiße sie aussehen, wenn sie über den Abgrund springen und da kommt einer von hinten. Boah. Alter. Hallo, die KI ist so dumm, dass sie sogar andere Lichtrenner mich hinten reinfahren lässt, wenn ich den Lichtrennerteil spiele. Aber dann kommen Gegner von hinten. Ich glaub's nicht. So, das war der letzte, denk ich mal. Also ich glaub stark, dass es der letzte war. Ich hoffe, dass es der letzte war. Ich glaub, wir können den Level jetzt verlassen. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Unseren Discos. Ausgangsport. Fehlt mir die Genehmigung. Hm. Ich glaub, wir haben ein Problem. Ausgangsport. Hab ich alle Genehmigungen. Wir haben doch kein Problem. Das muss man auch erstmal wissen, dass man hier unten durchkommt. Also es ist der Sinn von dem Spiel, dass man hier unten durchkommt, übrigens. Jump! Und wieder erfolgreich ein Level geschafft. Ja. Cutscene. So, wir haben Partitionen 0 bis 255 durch Korruption verloren. Hauptprotokoll, droht zu versagen. Alle unnötigen Applikationen schließen und resursen an die Front umleiten. Das System wird unter meinem Verfehl nicht ausfallen. Ja, Sir. Wurde berichtige Orte? Äh, er hat offenbar seinen Discos wieder. Habe den ganzen Sektor schließen lassen. Da kommt kein Programm rein oder raus, ohne unsere Transporter zu passieren. Suchkriterien erweitern. Ich will dieses Programm. Ja, Sir. Das ist mit I.O. Raster. Der Grad der Korruption dieses Servers hat kritische Ausmaße angenommen. Alle docking-Protokolle versagen. Was ist mit den ICPs? Nutzen die nichts? Oh, bitte. ICP ist die Abkürzung von inkompetente Chaos-Programme. Da sind zwei Beeilungen, bitte. Link gebrochen. Jet, wir müssen Masria heißen. Schreib dich durch zum Transport-Terminal. Das ist der einzige Ausweg. Knoten, die aktiviert. Einen schönen Mikrozyklus noch. Vielen Dank. So, jetzt muss ich, ähm... Oh Gott. Okay, Team ausschwärmen. Ne, Freer von der Korruption befreien. So, das muss jetzt noch schnell sein. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören zu zocken. Also werde ich auch, aber... Das muss jetzt echt noch sein. Die drei Läutchen hier abknallen. Okay, hier geht's das nächste Mal auch weiter. Ja, bis dahin, äh... Vielen Dank, dass ihr mir zugeschehen... Gesehen habt, und... Ich schlafe gleich ein. Dann das nächste Mal mit einem Level... Mit viel zu vielen Gegnern, mit nicht voller Energie, mit hoffentlich endlich mal meiner Lieblings-Buffe, wenn ich sie mal finde. Wir würden es gerne Gold an der Genehmigung und schaften nicht besseren Kommentaren, weil sorry, Leute, ich bin echt zu müde. Es waren viele jetzt zuletzt Pläne. Ich kann nichts machen, ich könnte das Ganze nochmal spielen, aber... Ne, mach ich nicht. Also bis dann. Tschüss.